Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halt! Warum ist das geheime Zauberbuch hier und stiftet ein derartiges Chaos in der Schule? Wir wollten doch nur Raven helfen. Ich dachte nicht, dass es so böse ist. Hilfe! Oh nein! Ich bin es nicht gewohnt, mich in dieser Geschwindigkeit zu bewegen! Hazereth, Matrion, send das! Alles okay, Dr. Seid? Einen Moment. Ich muss erst zu Atem kommen. Ach, du Liebesbisschen! Wow! Das ist ja eine verrückte Gleichung. Oh, das ist gar nichts. Nichts als ein paar unbedeutende Kritzeleien, um die grauen Zellen auf Trab zu halten. Alles gut. Viel Glück beim Retten der Schule. Winke, winke! Wir müssen das Buch stoppen, bevor es die ganze Schule zerstört! Es gibt einen Gegenzauber in dem Buch. Wenn ich die richtigen Worte finde, wird dieses Chaos aufhören. Es ist in der Cafeteria. Es hat alles außer der Spüle verzaubert. Nein, die auch. Aufgepasst, Klapper-Kochgeschirr! Ich bin nämlich echt am Kochen! Erwischt! Los, Raven! Wir haben es geschafft! Will irgendjemand Bananenpudding? Ganz groß, Raven! Danke, dass du diesem ganzen Hokuspokus ein Ende bereitet hast! Kannst du dich an irgendwas erinnern? Weißt du jetzt, was du in dem Portal gesehen hast? Nein, nur dass es dunkel war. Und schrecklich gruselig. Und das sagst du als Tochter der Unterwelt? Das klingt wirklich beunruhigend. Keine Sorge. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis du dich wieder erinnern kannst. Wir müssen uns vorbereiten. Was das auch gewesen ist. Es wird kommen. Also dann. Wer räumt denn wohl das ganze Chaos wieder auf? Ja, schon klar. Mit dem Ohr Hahn, da fliegt man weit. Dazu sind wir bereit. Mit dem Ohr Hahn, kommt die Zeit, nur Gottes zu tun. Mit dem Ohr Hahn, der DC Superhero Girls.